Hallo, mein Name ist Ben Watara und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. Das Thema des Tages ist das Thema Sicherheit, denn ich habe von sehr vielen von euch schon online die Frage bekommen, was ist mit Sicherheit, wie bist du damit umgegangen, wie hast du die Entscheidung getroffen, nach Dubai zu gehen, mit so gut wie kein Budget auf Risiko zu gehen, wie schaffst du es, dieses Thema auf Nummer sicher zu gehen, zu ignorieren und Risiken zu nehmen und ganz besonders auch, was das Thema Selbstständigkeit angeht, wo viele immer sagen, dass es sicher ist, wenn man einen Job hat, wenn man bei einer Firma hat und man hat ein sicheres Einkommen und wenn man sich jetzt selbstständig macht, man nicht ein sicheres Einkommen hat, weil man selbst dafür sorgen muss, dass man dieses Einkommen bekommt. Das ist ein super interessantes Thema und das ist etwas, was für mich nicht wirklich so eine Frage war, da ich eigentlich so gepolt war, dass ich nie für jemand anders arbeiten konnte. Ich habe schon damals es gehasst, wenn ich einen Chef hatte, der mir gesagt hat, mach dies, mach das, mach das, weil ich immer dachte, ich habe meine eigenen Ideen, ich will nach vorne gehen, ich habe meinen eigenen Weg und natürlich hat es mit sehr vielen anderen Sachen auch zu tun, aus meiner Kindheit, aus meiner Vergangenheit, auf die ich jetzt nicht eingehen will, aber jedenfalls war es für mich keine Frage, als ich nach Dubai gekommen bin, war es so, ich probiere es einfach und ich riskiere es einfach und ich werde es rausfinden, ich mache es einfach, ich mache es jetzt einfach, dieses mach es einfach war so ein großes Mantra für mich und ja, ich hatte Angst, ich wusste, dass ich scheitern kann vielleicht und ja, diese Sicherheit für mich ist eine Illusion, es gibt keine Sicherheit. Du denkst, dass wenn du einen Job bekommst, du ein sicheres Einkommen hast, du weißt aber nicht für wie lange. Am Ende des Tages ist es für mich so, ich muss die Sicherheit haben, dass ich in diesem Leben, auf dieser Welt überleben kann. Das ist mein Überlebensversprechen, das heißt, ich weiß, dass ich überleben kann. Die Sicherheit kann entweder von außen kommen, das bedeutet, dass andere Leute mir diese Sicherheit geben oder diese Sicherheit kommt von innen und für mich ist das Selbstvertrauen. Ich vertraue mir selbst. Ich weiß, dass ich aus jeder Situation rauskommen kann. Ich weiß, dass ich mit jedem Problem umgehen kann, weil ich mich selbst in Situationen gebracht habe, die eigentlich zu schwer für mich waren, die eigentlich zu kompliziert für mich waren, wo ich eigentlich nicht wusste, wie ich das Problem lösen kann, aber ich habe es gelöst und dann bin ich aus meiner Komfortzone rausgegangen und ich bin dann gewachsen. Ich habe in meinem Motivationsvideo damals mal gesagt, dass es genauso ist wie bei einem Muskel. Wenn du ein Muskel zum Wachsen bringen willst und du jeden Tag 30 Kilo hebst zum Beispiel und es ist einfach für dich 30 Kilo zu heben, dann wirst du nicht stärker dadurch, du wirst nicht wachsen. Der Muskel wird nicht wachsen. Damit ein Muskel wächst, musst du zum Muskelversagen gehen. Das heißt, du musst den Muskel unter einen so großen Druck, eine so große Belastung bringen, dass dieser Muskel versagt und dann wird der Muskel stärker und baut sich dann auf und wird immer stärker und stärker und wächst natürlich, wenn man die richtige Ernährung hat und so weiter. Aber um das einfach nur zu verdeutlichen, das habe ich damals genutzt und das ist das, woran ich wirklich glaube. Du stärkst deinen Charakter, indem du in Situationen bist, die zu stark für dich sind, die zu schwer für dich sind, wo du noch nicht die Lösung kennst und dann wächst du aus dir selbst heraus und je öfter du das machst, desto mehr findest du raus, dass du in der Lage bist, diese Sachen zu lösen. Aber wenn du es nicht machst und in dieser Safe Zone, in dieser Komfortzone bleibst, ja eigentlich könnte man sie auch die Sicherheitszone nennen, weil du gehst nicht aus dieser Komfortzone raus, nicht nur weil es unbequem ist, aber weil du Angst hast, weil es unsicher ist, weil du nicht weißt, was kommst. Das Unbekannte, ja, also das ist eigentlich die Sicherheitszone für mich. Wenn du da drin bleibst, du kannst dir Affirmationen so oft wie möglich du willst sagen, du kannst Law of Attraction nutzen und Visualisierung, du kannst dir selbst sagen, ich schaffe das, ich mache das, ich bin der Größte, ich bin das, ich bin das. Wenn du aber nicht machst, wenn du nicht in Handlungen gehst, dann ist es wie eine Lüge, die du dir einfach oft genug wiederholst. Ich glaube an Affirmationen, aber ich glaube, dass sie gekoppelt mit Handlungen funktionieren und nicht nur für sich selbst, weil du kannst ganz viele andere Leute überreden oder versuchen zu belügen, du kannst dich aber selbst nicht belügen. Du weißt, wenn du etwas nie gemacht hast und es nie versucht hast, dass du es nicht kannst und wenn du es anfängst und wagst und wächst, je öfter du etwas probierst, desto mehr bekommst du dieses Selbstvertrauen, dass sogar neue Sachen, die du noch nie gemacht hast, plötzlich nicht mehr so eine große Herausforderung für dich sind oder du nicht mehr so eine große Angst hast, weil du weißt, du hast in der Vergangenheit schon 50 oder 100 andere Situationen gemeistert, die jetzt nicht so waren wie diese, weil wir gehen ja immer von Level zu Level, aber du weißt, du hast schon sehr viele hinter dir. Und ein Beispiel, was das sehr gut verdeutlicht, ist die Tierwelt. Und zwar, wenn man sich jetzt Tiere anguckt, die haben eigentlich Instinkte, die müssen nicht wirklich etwas lernen, die müssen keine Bücher lesen und die müssen sich jetzt nicht Mentoren holen, obwohl die haben jetzt natürlich auch ihr Rudel und machen teilweise Sachen nach, aber die haben sehr starke Instinkte. Sie wissen, wie man in der Natur überlebt, wie man jagt, wie man sich fortpflanzt, wie man, ich meine, das muss man ja nicht wirklich lernen, aber die haben diese ganzen Instinkte. Wenn du aber ein Löwen oder ein, egal welches Tier, aus der Natur rausnimmst und es domestizierst, ja, das heißt, du es in dein Haus stellst und jeden Tag zu essen gibst, ganz besonders, wenn du es von Kindheit ausmachst, hat dieses Tier nicht mehr die Fähigkeit, in der Natur zu überleben, weil du nimmst dem Tier die Fähigkeit, für sich selbst Sachen rauszuprobieren, für sich selbst zu jagen und das ist so, dass dieses Selbstvertrauen von dem Tier weggeht. Das Tier weiß gar nicht mehr, wie es geht. Das heißt, es hatte diesen Luxus, es war in einem Haus, es hat jeden Tag zu essen bekommen, es musste nicht jagen und dann schmeißt du es in die Natur wieder und teilweise sterben diese Tiere, weil die nicht alleine überleben können, die nicht gelernt haben, mit diesen Situationen umzugehen, zu jagen, für sich selbst diese ganze Sache zu machen. Das heißt, diese Sicherheit, was das Tier von Anfang an schon hat, nimmst du weg, indem du die Sicherheit von außen dem Tier gibst und es dem Tier von außen leicht machst. Es ist auch so, dass sehr viele Kinder, die reiche Eltern hatten, die ihnen alles gegeben haben, deswegen gibt es reiche Eltern, die zum Beispiel sagen, nein, meine Kinder müssen trotzdem für alles arbeiten und sich selber alles erarbeiten und ich werde ihnen das Leben nicht zu leicht machen, weil wenn diese Sicherheit von außen kommt, dass du weißt, egal was ich will, ich bekomme es, ich muss nichts dafür tun, ich muss nicht dafür arbeiten, ich kriege das ja, das ist ein sicheres Einkommen, das ist sicher etwas, was kommt und ich vergleiche dich jetzt nicht mit einem Job haben, weil du musst ja trotzdem dafür arbeiten, aber es ist einfach nur, um zu verstehen, dass wenn etwas von außen kommt und du dann von einem Tag auf den anderen jetzt für dich selbst stehen musst, es ist ein Challenge. Mensch, sehr viele Jugendliche, sehr viele Kinder, die groß geworden sind mit diesem Luxus und alles hatten, wenn das auf einmal weg ist, sehr schwierig für die etwas von sich selbst aus aufzubauen, weil die verwöhnt wurden, als sie klein war, weil die nicht etwas selbst machen mussten und diese Selbstvertrauen teilweise nicht haben. Deswegen ist für mich diese Frage Sicherheit. Ich denke, die größte Sicherheit, die du haben kannst, ist diese Sicherheit, die du dir selbst gibst, weil morgen kannst du gefeuert werden, deine Industrie kann zusammenbrechen, es kann Krieg ausbrechen in deinem Land, wahrscheinlich ist es jetzt nicht so wahrscheinlich in Deutschland, aber in sehr vielen Orten ist es so, dass alles, was du kennst, alles, was um dich herum ist, alles, was für dich sicher ist, kann morgen verschwinden, weil es kommt von außen und du bleibst übrig, du bist selbst da, du stehst für dich selbst da. Kannst du morgen in einem anderen Land anfangen? Kannst du morgen in einer anderen Industrie anfangen? Kannst du morgen in einem neuen Job anfangen? Kannst du morgen dich selbst neu wieder erfinden? Das liegt an deiner inneren Sicherheit und diese innere Sicherheit kannst du nur trainieren, indem du dich selbst außerhalb deiner Komfortzone begibst, außerhalb deiner Sicherheitszone begibst. Deswegen ist es für mich so wichtig gewesen, dass ich nach Dubai gekommen bin, so wichtig gewesen, dass ich so viele Sachen in meinem Leben gestartet habe, bevor ich ready war, dass ich einfach gemacht habe, dass ich nach vorne gegangen bin und diese Sicherheit existiert für mich nicht, die man so kennt unter sicheres Einkommen. Ich sichere mein Einkommen selbst. Ich bin dafür verantwortlich, jeden Morgen, den ich aufstehe, jeden Schritt, den ich mache, jeden Menschen, mit dem ich rede, jedes einzelne Produkt, was ich erschaffe, jeden einzelnen Film, den ich mache, jedes Wort, was aus meinem Mund kommt, ist meine eigene Sicherheit, dass ich überleben kann, dass ich meine Familie unterstützen kann, dass ich meine Freunde unterstützen kann, dass ich nach vorne gehen kann, egal was in der Welt sich verändert, egal was in meiner Industrie sich verändert, egal was andere Menschen, meine Kunden, die Außenwelt, egal was da draußen passiert, ich die Sicherheit in mir drin habe, dass ich überleben kann, dass ich die Sicherheit habe, dass ich mich neu erfinden kann, dass ich die Sicherheit habe, dass ich mir Situationen, mit denen ich konfrontiert bin, die viel schwerer sind, als sie vorher waren und mit denen ich noch nie umgegangen bin, dass ich diese Situation meistern kann. Diese Sicherheit kann dir kein Mensch geben, niemand von außen, nur du selbst und du kannst dir selbst diese Sicherheit nur geben, indem du Sachen machst, die größer sind als du. Du bringst den Muskel zum Wachsen, indem du ein Gewicht nimmst, was zu schwer für ihn ist und du wiederholst es und wiederholst es und bringst diesen Muskel zum Versagen und dieser Muskel wächst. Das heißt, geh ans Limit von dem, was du kennst, ans Limit von dem, was du kannst, versage, scheiter, denn das bringt dich zum Wachsen und der Wachstum gibt dir die Sicherheit, dass du weißt, du bist nicht ein fixes Element, du bist nicht da, wo du bist und es gibt nicht einen Weg nach oben, es gibt nicht einen Weg zu wachsen, es gibt einen Weg zu wachsen. Du gibst dir die Sicherheit, niemand sonst. Also mach es einfach und mach es einfach.